Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals verlogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das alledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Und ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Halt! Identifizieren, Leute. Wo ist Unter den Jones? Was hat das zu bedeuten? Greif den Feind an! Verwirrchen! Gott verdammt, er ist unterliegen. Ihr ist im Kampf. Ich muss die Ladung überprüfen. Lasst keinen zu uns durch! Heute treffst du den Sennstrahl. Auf eure Posten! Verstand! Sag nur Bescheid! Ich strecke sie nieder! Einen Moment mal! Seid ihr neu? Wer ist euer Aufgesang? Greif den Feind an! Heute treffst du den Sennstrahl. Alles frei! Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Cyrus. Nein, dann. Siehst du? Ich befreie dich, wie ich's versprochen hab. Wenn ich dir vielleicht erklären durfte. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten? Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemarkt die Gefangenen. Was ist mit Cyrus? Das war es. Geil! Untertitelung des ZDF für funk, 2017